Die Vorbereitungen nehmen langsam ein Ende. Die Taschen sind gepackt. Wir fahren bald Richtung Berlin. So, wo gehen wir jetzt hin? Hi! Da ist der Athlet. Was hast du? Schmerzen. Wie ist das? Das geht. Das heißt, Gas geben? Ja, so irgendwann, dann hier, Jutsu, dann da, Nacken, Drücken, über Dehn und sowas. Wie ist das? Das ist gut, ey. Das heißt, der bekannteste Schwert? Das ist MMA, ne? Ja. Welche Gewichtskasse bekommst du? 42. Okay. Musst du noch Gewicht machen? Wie viel? Eins drehen noch. Wie viel? Eins drehen noch. Ach ja, das geht ja schnell. Morgen. Es geht los. Einer hat verschlafen. Diesmal war es ich, was sehr selten passiert. Guten Abend. Der Champ. Morgen. Der Champ und Samira. Oh Mann, ey. Die Kofferraum ist voll. Morgen. Es ist sehr kalt. Guten Morgen, Dr. Ahmed. Wie geht es Ihnen? Alles gut. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Manche Sachen ändern sich nie. Das Fahrradwechsel. 300 Kilometer haben wir schon. Ich bin gut gefahren, ne? Mach mal dasselbe. Achmet, wie du mein Fahrrad-Style magst? Sehr gut. Endlich angekommen. Und, wie findest du es hier? In Berlin sah immer noch nicht so aus. In Berlin warst du denn? Im Hauptbahnhof. Wie? Hauptbahnhof? Ja. Das finde ich gut empfehlen. Das war Frankfurt Hauptbahnhof bestimmt. Das ist unser Schutz. Willkommen in Berlin. Wie heißen die Schuhe? Textmarker. Textmarker. Wir müssen jetzt nur noch fünf Kilometer laufen für ein Hotel. Wann bist du endlich arg? Wann bist du fertig? Studium? Im nächsten Sommer. Nächsten Sommer? Ja. Also, wer Bock hat auf einen Herzinfarkt, bitte warten. Ab nächsten Sommer. Der Ahmed kann dann günstig Stands Herzschritt machen. Mit Samonte-Karte gibt es dann ein paar Prozente. Guck mal, die Katze. Oh. Ah, die ist voll süß. Okay, genau nicht mit dir reden. Wir gehen jetzt was essen. Danach hier, welche machen. Guck mal, hier kann noch jemand schlafen. Nachdem wir jetzt die Wohnung haben besichtigt, kurz geduscht, locker gemacht. Haben wir mal Richtung Gym. Bar gecheckt. Dabei hat hier Ahmed noch ein bisschen was vorgelesen. Die Tür. La Puerta. Gewicht gecheckt. Und wie belast du noch? Alles super. Jetzt essen. Wie belast du noch? Wiss ich nicht. Ja, zu viel. Das ist die Antwort. Zu viel. Zwei da vorne, die werden sich jetzt erstmal einen Döner gönnen, glaube ich. Und morgen gibt es was? Wie heißt das? Smashburger? Ja. Mit Käsesoche. Mit Reis? Chicken was Reis. Sieht gut. Reis mit Gemüse. Wie fühlst du dich jetzt, dass du nur noch ein Kilo machen musst? Super. Ja. Hast du geplant? Nee. Denkst du bei deinem nächsten Kampf das genauso zu sein oder wirst du eine Gewichtsklasse höher gehen? Nicht höher. Nicht höher. Warst du schon mal in Duisburg essen? Ja, nein. Es ist warm, es ist warm. Hat er da Hatschuhe gehabt? Ja. Mit Anstrengung? Mit 30 Sekunden. Mit was? Amba, schnell und zu Hause. Nein. Zuerst Smashburger. Wir machen ganz schnell, damit wir ganz schnell essen können. Ja, ja. Warum ist so klein der Burger? Das ist doch für groß. Wie lange? Hingockt. Ja. Es ist ein Teller leer. Du weißt, was wir sehen. Sehr gut. Dr. Achwert, wort ist die Diagnose? Immer nicht viel gegessen. Die Operation, die Kuh vom Eis holen starten. Kennst du dieses Sprichwort, die Kuh vom Eis holen? Deutsche Sprichwort? Die Kuh vom Eis holen. Die Kuh vom Eis holen? Ja. Die Kuh vom Eis holen. Was ist das denn? So, was ist jetzt der Plan, um die nächsten 1 Kilo und 100 Gramm bis morgen früh wegzumachen? Bewegen, springen gehen. Wir gucken wie viele Kilos weg. Wie lange wirst du denken, dass sie sich jetzt noch bewegen muss? Ich denke 30 Minuten ist genug für die erste Runde. Dann gucken wir, wie viel Kilos war weg. Und dann nach Hause. Eine Stunde, eine Stunde dreißig. Maximal 40 Minuten, eine Stunde. Und fühlst du dich? Super. Super? Du hast was gemacht? Was? Du hast es nochmal gemacht? Nein. Ja. Wird ihr warm? Wie fühlst du dich? Gut. Sehr gut. Eine krasse Seilspring-Technik. Aha. So habe ich dir gezeigt. Vorher war das die Stefan-Pitt-Technik. Vorher ist das Reine mal runtergefallen. Hopp. Hopp. Man nannte ihn auch den Sklaven-Träger. So, willkommen zum heutigen Spiel. Champions League USA gegen Deutschland. Wahrscheinlich ist das vielleicht EM. Du hast recht. EM Champions. Aber... EM ist doch Europä... Nee. Doch, doch USA ist Europa League. Aber EM ist doch European Meisterschaft, oder nicht? Leute, lass das mein Bein, ich kann mir da helfen. Das ist EM. Was heißt EM, Doktor? Ja. Europameisterschaft. FIFA World Cup. Nee, FIFA ist so. Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. FIFA ist doch online. FIFA ist online. Da gibt es das auch in echt. Du, dass es nur Computer spielen. Ich verstehe aber nicht, was es ja irgendwo ist. Das ist der RTL Cup. Aber warum ist die USA jetzt extra hingeflogen? Wo spielen die denn? In Germany? In MSV Arena? Die haben alle kurze Hose. Vielleicht nicht nach Amerika. Schon in Mexiko gegangen. In Mexiko? Warum sind die in Mexiko? Oh, jetzt mach die USA ein Tor. Jetzt würde ich aufpassen. Ist nicht live. Frisch ist live. So, der Papa hat Abendessen gemacht. Mit Doktor Ahmed. Ein Rezept. Das Abend ist es angerichtet. Ja. Lecker Zitrone. Bis morgen. Das ist dein Boss. Papas Boss. Ich geh dich dran für uns. Schneid hier hin. Du gehst dran, du kriegst Ärger. Hallo. Hallo. Guck mal, wie schreit. Bis hier hinten hört man das auf Kamera. Mama kommt grad aus dem Urlaub. Der Urlaub ist jetzt quasi für die Katze gewesen. Die hast du gestresst. Real lifestyle. Wie geht es schon? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gerade mit der Jutta telefoniert. Wie geht es euch? Ja, die hat mich gerade angerufen. Die wollte wissen, wie es dem Kind geht. Deine Tochter meinst du? Ja, die Oma von der Samira. Samira, wie geht es dir? Bist du auf Lautsprecher? Bitte? Wie geht es dir super? Ja, super. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Wir fahren gerade durch Berlin. Du bist gerade live auf Kamera. Dennis, mach das bitte auch. Ich will nicht auf diese Kamera. Ja. Gleich, wo musst du hin? Erstmal zum Armen. Jetzt geht es zum Armen. Wohin? Ein Schwangerschaftsatzmangel. Schwangerschaftsatzmangel. Ich habe aber auch niemals gedacht, ich muss 15 mal erst ein Schwangerschaftsatzmangel. Ich habe mir das gedacht. Ich dachte, wir sollen mit 35 wieder sein. 35? Doch, das mal. Du sollst hier selber sein. Wo gehst du jetzt hin? Mit 15. Wir laufen und die anderen fahren mit Autos. Warum laufen wir? Eigentlich sind wir alt. Wir sind nicht. Wir sind Rentner. Ab hier müssen die laufen. Was ist los, du bist schon auf Fight-Modus? Mit diesem krassen Anzug hast du richtig krasse Reflexe. Bist richtig auf Wiestmund. Wir checken jetzt aus. Ich habe schon etwas vergessen. Was denn? Wer ein toter Vogel ist, ist ein toten Vogel. Das ist egal, man. Ich komme zu Berlin. Bitte? Er ist hungry. Er ist hungry. Er ist hungry. Dein Vater ist jetzt nicht da. Max, dein Vater ist nervös und Sascha ist nervös. Wir passen auf ihn auch. Und auf dich natürlich auch. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Was sagst du dazu? Bade diese Sachen für 30 Sekunden kurz. Was hat die zu dir gesagt? Was wollte die bauen? Kleine Bomben. So, ist soweit, ja? Ja. Sagen wir welche Enke? Sie sagen rot. Ja. Aber du willst ja rote Handschuhe. Ich möchte auch rote Handschuhe. An sich ist die Ecke ja egal. Aber rote Handschuhe ist nicht lieber. Aber nur wegen dem Ordnung. Das muss alles so gemacht werden. So, jetzt noch eine Stunde bis zum Kampf, ne? Ja, fast kampfenfähig hier. Wir machen mit dem Boden. Der Plan aus? Ganz viel Essen. Dann legen wir uns einfach drauf. Wenn rot ist. Wenn hier Rack steht. Rackhot. Du bist der neue. Dann bist du orange. Du bist der neue Nikes. Chicken Roast Rice. Für was wird das jetzt gemacht? Rot ist schön. Und warum wird das jetzt abgezeichnet? Damit die Hände kontrolliert werden. Dass nichts Falsches an der Bandage. Dass die Handschuhe nicht aufkommen. Und man weiß, welche Ecke sie ist. Samira hätte gerne nächstes Mal rosa. Können wir eine rosa Ecke einführen, bitte? Sie hätte gerne rosa Boxhandschuhe. MMA Handschuhe. Und Ahmed auch. Ahmed hätte auch gerne eine rosa Ecke. Der Ahmeds dann kennt. Ist es okay oder ist es fest? Das ist jetzt. Das ist jetzt. Der Nikes nimmt mich auf. Und nimmt auch mal die Kinder im Auto. Samira ist gerade für... Ein großer Applaus für Samira. Kindermann. fff Das war's! Ich hab's nicht da, ich hab's nicht da. Raus, 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 raus! Ja, jetzt! Ander auf! Ander auf! Eine Stunde nach vorne! Ander auf! Ander auf! Ja! Nicht ein, drei! Praktika! Weiter, holst du mich! Mach dich schwer, mach dich schwer! Mach dich schwer! Mach dich schwer! Mach dich chronic! Manch, schnell runter! Mach dich avere! Mach dich nicht classmates! Mach dich magnet! Mach dich so schnell, mach dich Luke! Doch! Tonzeben! Was ist da? Versuch! Ja! Sehr viel Verständnis. Jetzt haben wir uns beide Namen dabei gewinnt. Durch ein Stück Hochentscheid kommt das der Rote Enkels. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Ja? Ich hatte gedacht, das Match bleibt mir am Stand. Aber hat sich dann das so ergeben? Es hat sich auf jeden Fall auch mal gut angeboten, am Boden was zu machen. Also hast du die letzte Zeit am Boden, die viel Arbeit mit deinem Trainer? Definitiv, ja. Genau, das geht an alle, die denken, dass man MMA ohne Jiu-Jitsu kämpfen kann. Oder ohne Ringen. Deswegen alle fleißig zum Bodentraining aufkommen. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ihr habt gesehen, auch eine Strikerin muss zum Boden und deswegen... Ich danke meinen Sponsoren. Damante Fight Performance Okami. Bestes Equipment. Schade, dass ich das heute nicht zum Kämpfen tragen konnte. Aber im Training wird das auf jeden Fall weiter fleißig eingebracht. Und natürlich noch an Max Koga. Ich bin eine Koga-Agnätin. Sehr stolz darauf. Und ja... Smash Burger! Samira, ich habe nicht eine gute und schlechte Nachricht, sondern nur eine gute Nachricht. Wir haben gesagt, es war angesetzt als Match Fight. Ja. Warum sollst du dafür bezahlen, dass du keine deutsche Gegnerin hast? Also ich war angesetzt als Match Fight. Wir haben jetzt gesagt, du hast die Leistung gebracht, du warst da, du hattest keine deutsche Gegnerin. Wir machen das jetzt einfach. Cool. Ich habe schon an. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Ich will eigentlich, ich muss schneller werden mit meinem Auge, wo was da ist. Mehr durchziehen. Also so. Ich habe jetzt direkt am Rücken, nicht so. Und im Vorfeld, den wir essen. Gar nichts mehr essen. Also willst du dich nicht mehr an deinen Ernährungs-Coach Arnel halten? Nein, tut mir leid. Ich habe meinen Ernährungs-Coach gewechselt. Ich will jetzt auch weiter Bosnische Musik hören, wenn du jetzt auch nicht mehr mit Arnel zusammen trainierst. Trotzdem, dem bleibst du vorher. Zahnbürste von deinem Bruder? Nein, das geht nicht. Gehl, was machst du da? Wie heißt das? Hedges. Hedges? Genau. Hast du diese Probleme auch, nach deinem Kampf? Ja. Ah, gibt es jetzt noch ein Tutorial? Ja, dann müssen wir so ein bisschen in Form gehen. Und dann, wenn ihr wollt, ihr noch Haarspray macht, aber meine Haare werden dann so haben, das möchte ich jetzt nicht. Trainerin des Frauen-Campus in den Cage, Samira Kindermann. Und als Trainer des Deutschen für Martin. Feier des Tages, da Samira jetzt hat ihren deutschen Meisterschaftstitel gewonnen und überreicht bekommen, führt sie uns aus in hier ein hochklassiges Gebiet. Ist ja wie durchbruchig. Ich meine, wir werden abgezogen. Pass auf, dass sie... Ich muss die Kamera hier verstecken. Warte. Wo führst du uns hier? Okay, also wir haben jetzt die Deutsche Meisterschaft der Gemmaf gewonnen. Wir sind jetzt gerade in Berlin und zur Feier des Tages. Wir haben jetzt noch eine Zimtschnecke. Darum habe ich nämlich die ganze Zeit gewartet. Das ist die ganze Zeit. Achmed, das ist hier deine Torte. Das ist deine Torte. Du hast sie bestellt. Ich weiß das. Und schmeck mal. Wieder geht ein Kampfwochenende vorbei. Vielen Dank, dass alle zugeschaut haben. Herzlichen Glückwunsch an den Deutschen Meister hier. Danke schön. Den ersten, allerersten Deutschen Meister der Gemmaf. Bis 52 Kilo in der EU. Liked das Video, abonniert die Glocke und folgt auf jeden Fall unserem Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Mehr kann ich nicht sagen. So, wir sind jetzt fünf Stunden Auto gefahren. Gute Nacht.